Herzlich willkommen bei Das Wichtigste zum Elterngeld im Überblick. Kurz ein paar Worte zu mir. Mein Name ist Yvonne Nagel, ich bin Steuerfachwirtin und Elterngeldexpertin bei elterngeld.de. Was ist eigentlich das Elterngeld? Und zwar ist es eine staatliche Leistung für Eltern von Säuglingen und Kleinkindern. Und sie soll eine Unterstützung sein für die Zeit, in der ihr nicht arbeiten könnt oder vielleicht weniger arbeitet, weil ihr euch selbst um euer Kind kümmert und es betreut. Es wird nach Lebensmonaten gezahlt und das ist auch schon die erste Besonderheit hier. Und hier machen wir am besten gleich einmal ein Beispiel. Und zwar, wenn das Kind am 12. Mai geboren ist, dann ist der erste Lebensmonat vom 12.5. bis zum 11.6., der zweite Lebensmonat vom 12.6. bis zum 11.7. und der dritte Lebensmonat vom 12.7. bis zum 11.8. und so weiter. Es ist eine einkommensabhängige Leistung und ihr könnt sie bekommen in Form von Basiselterngeld, Elterngeld Plus und Partnerschaftsbonus. Wichtig ist, ob ihr überhaupt Anspruch auf Elterngeld habt. Das sollte man einmal vorab prüfen. Und zwar gibt es hier Einkommensgrenzen zu beachten. Für Geburten ab dem 1. April ist das für Eltern, Paare und Alleinerziehende dieselbe Einkommensgrenze und zwar in Höhe von 200.000 Euro. Und mit diesen 200.000 Euro ist gemeint, das zu versteuernde Einkommen im Vorjahr. Das ist eine einkommenssteuerliche Rechengröße und ihr findet sie in eurem Einkommenssteuerbescheid. Für Geburten ab dem 1. April 2025 wird diese Grenze noch einmal abgesenkt, auch für Eltern, Paare und Alleinerziehende. Dann gilt eine Grenze von 175.000 Euro. Die Einkommensgrenze ist nicht die einzige Voraussetzung für das Elterngeld, sondern ihr müsst auch einen Wohnsitz in Deutschland haben. Ihr müsst euer Kind selbst betreuen und erziehen und die häufigste Frage, die wir dazu bekommen, ist, ob ihr euer Kind dann überhaupt fremdbetreuen lassen dürft und trotzdem Elterngeld bekommen könnt. Ja, das ist möglich. Ihr könnt euer Kind in die Fremdbetreuung geben, sei es ein Kindergarten oder auch eine Tagesmutter und dann trotzdem Elterngeld bekommen. Ihr müsst einen gemeinsamen Haushalt haben mit dem Kind und ihr seid entweder nicht oder nicht vollerwerbstätig. In diesem Fall meint nicht vollerwerbstätig höchstens 32 Stunden pro Woche. Beantragt das Elterngeld unbedingt rechtzeitig, denn es wird nur maximal drei Lebensmonate rückwirkend gezahlt. Für wen gibt es jetzt eigentlich das Elterngeld? Und zwar für Elternpaare, für alleinerziehende Elternteile und auch für getrennt Erziehende. Es ist eine Leistung, die nur auf Antrag gezahlt wird und dann kann man sie bekommen für das leibliche Kind, das leibliche Kind der Frau oder des Mannes und das Adoptivkind auch in Adoptionspflege. Allerdings für Pflegekinder gibt es andere Leistungen vom Jugendamt. Hier gibt es dann kein Elterngeld. Schauen wir uns nochmal alle Bezugsformen, die ich eben aufgelistet habe, genauer an. Wir beginnen mit dem Basiselterngeld. Und zwar, es ist eine einkommensabhängige Leistung. Ab der Geburt gibt es sie für zwölf Monate und mindestens gibt es 300 Euro, aber höchstens 1800 Euro. Unterbrechung vom Elterngeldbezug ist nur bis zum 14. Lebensmonat möglich. Ausnahmen wäre hier eine vorzeitige Geburt. Ab dem 15. Lebensmonat muss der Bezug lückenlos sein. Anderenfalls, wenn eine Lücke entsteht, entfällt der restliche Anspruch auf Elterngeld. Beim Basiselterngeld ist es so, dass ein Hinzuverdienst sehr, sehr ungünstig ist, denn es erfolgt eine Kürzung ab dem 1. Euro. Wie es besser geht, erfahrt ihr im Laufe dieses Videos. An das Basiselterngeld können wir schon mal einen Haken machen. Machen wir weiter mit dem Elterngeld Plus. Und zwar wurde das eingeführt für den Wiedereinstieg in den Beruf. Das soll das Ganze etwas erleichtern. Man kann es doppelt so lange beziehen wie das Basiselterngeld. Allerdings gibt es dann nur die Hälfte sozusagen an Elterngeld. Dafür dann aber für bis zu 24 Lebensmonate. Ein Lebensmonat. Basiselterngeld entspricht zwei Lebensmonaten mit Elterngeld Plus. Und es gibt mindestens 150 und höchstens 900 Euro. Der Bezug ist im Gegensatz zum Basiselterngeld auch nach dem 14. Lebensmonat noch möglich. Aber auch hier noch einmal der Hinweis, der Bezug muss ab dem 15. Lebensmonat ununterbrochen laufen. Es ist ein Wechsel zwischen Basiselterngeld und Elterngeld Plus möglich. Längstens allerdings bis zum 14. Lebensmonat, weil ja das Basiselterngeld längstens bis zum 14. Lebensmonat bezogen werden kann. Es ist optimal, wenn ihr in Teilzeit arbeiten möchtet. Denn die Kürzung von einem Hinzuverdienst fällt in diesem Fall viel milder aus. Da gibt es eine Faustformel und zwar, wenn ihr nach der Geburt ca. 50% nur von dem verdient, was ihr vor der Geburt verdient habt, dann kommt es voraussichtlich nicht zu einer Kürzung von eurem Elterngeld. Nutzt auch die Partnermonate mit Elterngeld Plus. Dann könnt ihr also bis zu 28 Lebensmonate Elterngeld Plus bekommen. Der Bezug ist allerdings limitiert. Es darf maximal bis zum 32. Lebensmonat Elterngeld bezogen werden. Kommen wir zu einer Ausnahme, die auch super wichtig ist. Und zwar, wenn ihr Anspruch auf Mutterschaftsgeld habt von der gesetzlichen Krankenversicherung. Machen wir einmal ein Beispiel. Und zwar, ihr bezieht nach der Geburt zwei Monate genau Mutterschaftsgeld. Das sind die acht Wochen Mutterschutzfrist nach der Geburt, wenn das Kind pünktlich kommt. Wie viele Monate können im Regelbezug dann noch in das Elterngeld Plus umgewandelt werden? Schauen wir uns einmal die Lösung an. Und zwar, wir haben zwölf Monate Regelbezugszeit. Davon ziehen wir zwei Monate Mutterschaftsgeld ab, da die Elterngeldstelle das wie Basiselterngeld behandelt. Dann bleiben noch zehn Monate Rest. Für die Umwandlung in das Elterngeld Plus multiplizieren wir das mal zwei. Kommen wir also auf 20 Monate noch mit Elterngeld Plus. Insgesamt eine Bezugszeit von 22 Monaten. Also zwei Monate mit Mutterschaftsgeld und 20 Monate mit Elterngeld Plus. Elterngeld Plus geschafft, kümmern wir uns um die Partnermonate. Und zwar sind das noch einmal zwei zusätzliche Monate mit Basiselterngeld, wenn beide Elternteile das Elterngeld beantragen und einer von euch weniger verdient als noch vor der Geburt. Oftmals erfüllt sich diese Voraussetzung schon durch das Mutterschaftsgeld. Übrigens, Partnermonate können auch von Alleinerziehenden beantragt werden. Dann gelten die Voraussetzungen eben für diesen Elternteil allein. Wie eben gesagt, das sind zwei Monate extra mit Basiselterngeld oder ihr könnt auch euch entscheiden, diese mit Elterngeld Plus zu nehmen. Oder eine Kombination aus beiden, nämlich ein Monat Basiselterngeld und zwei Monate Elterngeld Plus, wären dann drei Monate bei der Kombination. Hat nur einer von euch Erwerbseinkommen, ist es wichtig, dass derjenige mit dem Erwerbseinkommen auch diese Partnermonate nimmt. Und der andere kann sie in dem Moment leider nicht beanspruchen. Keine Partnermonate gibt es grundsätzlich, wenn beide nur Lohnersatzleistungen beziehen. Also beispielsweise einer von euch ist im Krankengeld und der andere bezieht Arbeitslosengeld. Dann könnt ihr diese zwei Monate extra leider nicht bekommen. Wann können Eltern die Partnermonate nehmen? Hier gibt es auch eine Voraussetzung leider und zwar maximal ein Lebensmonat darf gemeinsam mit Basiselterngeld in den ersten zwölf Lebensmonaten genommen werden. Für weitere Lebensmonate muss der andere Elternteil dann entweder seinen Bezug pausieren oder aber in das Elterngeld Plus wechseln. Davon gibt es Ausnahmen und zwar, wenn ihr Eltern seid von besonders frühgeborenen Kindern, dann ist diese Regelung hier nicht gültig. Wenn ihr Mehrlinge bekommen habt, ebenfalls nicht. Und wenn das neugeborene Kind eine Behinderung hat oder Geschwisterkinder mit Behinderung, die einen Geschwisterbonus erhalten, dann könnt ihr eure Partnermonate auch flexibel gestalten. Dann seid ihr nicht auf diesen einen gemeinsamen Monat limitiert. Je nach Bezugsform seid ihr dann recht flexibel. Schauen wir uns einmal ein Beispiel an. Wie könnte das aussehen, wenn die Ausnahme nicht greift? Und zwar Elternteil 1 nimmt das Basiselterngeld für zwölf Monate und Elternteil 2 nimmt im ersten und im 13. Lebensmonat seine Partnermonate. Weiteres Beispiel, auch hier Elternteil 1 zwölf Lebensmonate mit Basiselterngeld und Elternteil 2 nimmt im 13. und 14. Lebensmonat das Basiselterngeld. Das ist die klassische 12 plus 2 Variante oder 12 plus 2 Modell. Für die Ausnahmen stellt sich das schon anders dar. Da könnte es zum Beispiel so aussehen, Elternteil 1 beantragt zwölf Monate mit Basiselterngeld und Elternteil 2 nimmt die ersten beiden Lebensmonate das Basiselterngeld. Oder aber so wie hier, Elternteil 1 nimmt zehn Monate das Basiselterngeld und anschließend nehmen beide für vier Monate gemeinsam Elterngeld plus. Die Partnermonate werden hier auch in Elterngeld plus genommen. Das würde auch funktionieren. Auch an die Partnermonate können wir ein Häkchen machen. Weiter geht es mit dem Partnerschaftsbonus. Nicht zu verwechseln bitte mit den Partnermonaten, denn für die Partnerschaftsbonusmonate gelten andere Voraussetzungen. Wenn der Partnerschaftsbonus genutzt wird, dann sind das bis zu vier Extramonate mit Elterngeld und zwar für beide Elternteile. Auch der Partnerschaftsbonus kann von Alleinerziehenden genutzt werden. Dann gelten auch hier wieder die Voraussetzungen für einen Elternteil allein. Ihr müsst das in vier aufeinanderfolgenden Monaten nehmen und ihr müsst in der Zeit dann eine Erwerbstätigkeit zwischen 24 und 32 Wochenstunden ausüben. Ganz, ganz wichtig, ihr müsst das penibel einhalten, also nicht 23,5, ach ist doch schon fast 24 oder 32,5. Haltet ihr das nicht ein, fällt der Monat, wo ihr das überschreitet, leider raus. Mindestens in zwei von diesen vier Lebensmonaten müsst ihr das Ganze erfüllen. Und wenn die Voraussetzungen in allen Lebensmonaten erfüllt sind, dann bekommt ihr natürlich auch für alle vier Monate den Partnerschaftsbonus. Es kann Härtefälle geben, dass ein Elternteil so schwer erkrankt, zum Beispiel, dass er einen Unfall hat und im Krankenhaus liegt sich nicht um das Kind kümmern kann. In solchen Härtefällen kann ein Elternteil den Partnerschaftsbonus alleine fortführen, hier immer einen Attest vom Arzt bringen und immer mit der Elterngeldstelle in Kontakt treten. Ihr müsst die Wochenstunden penibel einhalten, hatte ich ja eben schon gesagt, bei Überschreitung oder Unterschreitung ist es leider nicht möglich, den Partnerschaftsbonus für den Monat zu erhalten. Wichtig dafür, um das beurteilen zu können, ist zu wissen, was zählt dann eigentlich zu meinen Wochenstunden. Und zwar Urlaubs- und Krankheitstage, sofern es sich um bezahlte Urlaubstage und auch bezahlte Krankheitstage handelt. In der Regel besteht ja Lohnfortzahlung für bis zu sechs Wochen. In der Zeit ergibt sich also für den Partnerschaftsbonus kein Problem. Mehr- oder Minusstunden und auch gesetzliche Feiertage, die vergessen wir gerne mal, denn auch die werden bezahlt, wenn ihr normalerweise an so einem Tag gearbeitet hätte. Bezugsformen haben wir geschafft. Kommen wir zu den Kombinationsmöglichkeiten. Und zwar könnt ihr die Bezugsformen für zukünftige Monate jederzeit ändern. Wie macht ihr das? Auch wenn ihr schon ein Elterngeldbescheid bekommen habt übrigens. Ihr schreibt einfach ein Anschreiben an die Elterngeldstelle, steckt es ein, gebt es persönlich ab, wie ihr das schafft. Und dann könnt ihr für zukünftige Monate eine andere Elterngeldbezugsform wählen. Bezugspausen sind auch in den ersten 14 Lebensmonaten nur möglich. Ausnahme bildet hier wieder die Frühchenregelung. Ab dem 15. Lebensmonat bitte unbedingt beachten, keine Unterbrechung mehr im Elterngeldbezug erlaubt. Andernfalls entfällt der restliche Anspruch. Ihr könnt und solltet auch unterschiedliche Bezugsformen nutzen. Basiselterngeld, Elterngeld Plus, je nach Elternteil. Könnt ihr auch gleichzeitig unterschiedlich beziehen. Auch mal eine häufige Frage, wenn meine Frau Basiselterngeld bekommt, kann ich dann überhaupt Elterngeld Plus wählen? Ja, das geht und das ist auch nötig, besonders für Geburten seit dem 1. April, da ja nur noch ein gemeinsamer Monat mit Basiselterngeld in den ersten 12 Lebensmonaten möglich ist. Wirklich übrigens auch ausschließlich in den ersten 12 Lebensmonaten, auch ab dem 13. Lebensmonat, darf kein gemeinsamer Bezug mit Basiselterngeld stattfinden. Kommen wir zu zwei wichtigen Begriffen und zwar Bemessungszeitraum und Bezugszeitraum. Der Bemessungszeitraum ist der Zeitraum, der darüber entscheidet, wie hoch das Elterngeld letztendlich ausfällt. Er umfasst immer 12 Monate, aber für unterschiedliche Personen ergibt sich unter Umständen ein unterschiedlicher Bemessungszeitraum. Für die Mütter sind es im Anstellungsverhältnis 12 Monate vor Beginn des Mutterschutzes und für die Väter vor der Geburt die 12 Monate. Ihr seht hier schon das Ausnahmesternchen. Wenn ihr Beamtinnen, Soldatinnen oder Richterinnen seid, dann gilt auch für euch der Zeitraum 12 Monate vor der Geburt. Wenn ihr selbstständig seid oder auch Mischeinkünfte habt, dann können sich andere Zeiträume ergeben. Es gibt auch noch sogenannte Ausklammungstatbestände, die werden wir an dieser Stelle nicht weiter vertiefen. Der Bezugszeitraum ist dann der Zeitraum, in dem ihr das Elterngeld einfach bezieht. Wie wird das Elterngeld berechnet? Ihr könnt grob mit eurem Gehaltsnetto rechnen, und zwar mit 65% von eurem Gehaltsnetto. Aber die Elterngeldstelle rechnet mit dem sogenannten Elterngeldnetto und das ergibt sich etwas anders als das Gehaltsnetto. Die Elterngeldstelle rechnet also wie folgt. Sie nimmt das Brutto im Bemessungszeitraum und teilt das Ganze durch 12. Dann wird ein Zwölftel vom Arbeitnehmerpauschbetrag abgezogen, 102,50 Euro. Eure individuelle Einkommenssteuer, Solidaritätszuschlag und wenn ihr in der Kirche seid, auch die Kirchensteuer. Und dann pauschal Sozialabgaben mit diesen Prozentsätzen. Und so ergibt sich dann das Elterngeldnetto. Das Elterngeldnetto, je nach Höhe mal 65%, ergibt dann euer Elterngeld. An dieser Stelle der Hinweis, das maximale Elterngeldnetto beträgt 2.770 Euro, weil mal 65% ergibt sich so das maximale Basiselterngeld von 1.800 Euro. Das bedeutet, wenn euer Elterngeldnetto höher ist als die 2.770 Euro, wird an dieser Stelle gekappt und es ergibt sich schon das maximale Elterngeld. Kommen wir jetzt zu einem Trick für mehr Elterngeld. Und zwar ist das der sogenannte Steuerklassentrick. Der funktioniert allerdings nur für verheiratete Paare. Und zwar, wenn ihr aktuell in der Kombination 4-4 seid, dann solltet ihr unbedingt wechseln. Wenn ihr die Steuerklassenkombination 3-5 habt, dann solltet ihr möglicherweise tauschen. Und zwar, wie wird getauscht oder wie sollte die Steuerklasse gewählt werden? Denn derjenige von euch, der überwiegend in Elternzeit gehen möchte und auch das Elterngeld beziehen soll, der wechselt in die Steuerklasse 3 und der andere bekommt dann automatisch die Steuerklasse 5. Sollte jetzt der Besserverdiener dadurch in die Steuerklasse 5 rutschen, kann es dazu führen, oder es wird zwangsläufig dazu führen, dass das Netto, was ihr vor der Geburt zur Verfügung habt, geringer ausfällt. Das macht aber nichts, denn mit der Einkommenssteuererklärung gleicht sich das Ganze aus. Und in der Kombination 3-5 seid ihr sowieso zur Abgabe einer Einkommenssteuererklärung verpflichtet. Warum sollte man die Steuerklasse wechseln? Die Steuerklasse beeinflusst das Nettogehalt und somit auch das Elterngeld netto. Schauen wir das einmal im Beispiel an. Eine Frau verdient monatlich brutto 2.700 Euro. Sie ist erstmal in der Steuerklasse 5, dann hat sie ein Netto von 1.580 Euro und ein Elterngeld ergibt sich daraus von 956 Euro. Wenn sie jetzt rechtzeitig genug in die Steuerklasse 3 wechselt, dann ergibt sich für sie ein Gehaltsnetto von 2.111 Euro und Elterngeld bedeutet das 1.304 Euro. Das sind 348 Euro monatlich mehr. Und rechnen wir das einmal hoch, sind wir bei 4.176 Euro mehr Elterngeld in 12 Monaten. Dabei zu beachten ist, dass die überwiegend gültige Steuerklasse im Bemessungszeitraum zählt und wenn keine Steuerklassen überwiegt, dann gilt die letzte Steuerklasse vor der Geburt. Hierzu machen wir auch unbedingt ein Beispiel. Und zwar haben wir im Bemessungszeitraum in den Monaten 1 bis 6 die Steuerklasse 4 und im Monat 7 bis 12 dann die Steuerklasse 3. Alles vor Beginn des Mutterschutzes. Kommen wir also auf 6 Monate in der einen Steuerklasse und 6 in der anderen. Das hier ist die zuletzt gültige Steuerklasse und dann nehmen wir für die Elterngeldberechnung bzw. die Elterngeldstelle die Steuerklasse 3. Nach der Geburt, wie könnt ihr da für mehr Elterngeld sorgen? Stellt auf jeden Fall den Elterngeldantrag rechtzeitig, nutzt auch unbedingt die Partnermonate und sorgt auch dafür, dass ihr eure Elternzeit nach Lebensmonaten nehmt, damit eben nicht Gehalt und Elterngeld in einem Lebensmonat zusammenfallen. Weitere Tipps für mehr Elterngeld für die Zeit vor und nach der Geburt, denn es gibt super viele Stellschrauben für das Elterngeld, um es noch zu verbessern, die findet ihr bei uns in unserem Online-Kurs und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch alles Gute, eure Yvonne.